Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebte Stunde am Brückendamm. Am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flammen. Ich mit. Ich komme vom Norden her. Und ich vom Süden. Und ich vom Meer. Nein! Das gibt einen Ringel rein und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt um die siebte Stunde? Ei, der muss mit. Muss mit. Muss mit. Tant. Tant. Ist das Gebilde von Menschenhand. Sag mal, wann habt ihr eigentlich beschlossen, ohne mich anzufangen? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir gar nicht. Lügt nicht. Ich habe euch doch flüstern gehört. Und was ist das da? Ähm, nichts. Ich komme gerade aus dem Bad. Jetzt sei halt nicht immer so. So? Wie bin ich denn? So. 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 Bestimmend. Korrekt. Ätzend. Ach doch. Na gut. Hey. Jetzt komm schon. Es tut uns ja leid. Ehrlich. Das wollten wir nicht. Entschuldige. Wir fangen nicht nochmal ohne dich an. Versprochen? Versprochen. 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 Na gut. Dann jetzt aber alle gemeinsam. Jawohl. Jawohl. Die Brücke am Teil von Theodor Fontane. Wann treffen wir drei wieder zusammen? Um die siebte Stunde am Brückendamm. Am Mittelpfeiler. Ich lösche die Flammen. Ich mit. Ich komme vom Norden her. Und ich vom Süden. Und ich vom Meer. Hei. Das gibt einen Ringel rein. Und die Brücke muss in den Grund hinein. Und der Zug, der in die Brücke tritt, um die siebte Stunde? Ei. Der muss mit. Muss mit. Muss mit. Tant. Tant. Ist das Gebilde von Menschenhand. Auf der Norderseite. Das Brückenhaus. Alle Fenster sehen nach Süden aus. Und die Brückenhausleut. Unrast und ruhend in Bangen. Sehen nach Süden zu. Sehen und warten. Ob nicht ein Licht übers Wasser hin. Ich komme. Spricht. Ich komme trotz Nacht, Nacht und Sturmessflug. Ich, der Edinburgh-Zug. Juhu. Und der Brückner jetzt. Ich sehe einen Schein. Am anderen Ufer. Das muss er sein. Nun Mutter. Weg mit dem bangen Traum. Und der Johnny kommt und will seinen Baum. Und was noch am Baum von Lichtern ist. Zünder alles an wie zum Heiligen Christ. Der will heuer zweimal mit uns sein. Und in elf Minuten ist er herein. Und es war der Zug. Am Süderturm keucht er vorbei. Jetzt. Gegen den Sturm. Und Johnny spricht. Die Brücke noch. Aber was tut es? Wir zwingen es doch. Ein fester Kessel. Ein doppelter Dampf. Die bleiben Sieger in solchem Kampf. Und wie es auf Kraft und ringt und rennt. Wir kriegen es unter. Das Element. Und unser Stolz ist unsere Brück. Ich lache. Denke ich an früher zurück. An all den Jammer und all die Not. Mit dem elend alten Schifferboot. Wie manche liebe Christfestnacht. Habe ich im Fährhaus zugebracht. Und sah unser Fenster lichten Schein. Und zählte. Und konnte nicht drüben sein. Denn auf der Norderseite das Brückenhaus. Alle Fenster sehen nach Süden aus. Und die Brück, dass Leute unrast und ruhend in Bangen sehen nach Süden zu. Denn wütender wurde der Windespiel. Und jetzt, als ob Feuer vom Himmel fiel, er glüht es in niederschießender Pracht überm Wasser unten. Und wieder ist Nacht. Oh nein! Wann treffen wir drei wieder zusammen? Mitternacht am Bergeskamm. Auf dem Hohen Moor am Erlenstamm. Ich komme. Ich mit. Ich nenn euch die Zahl. Und ich die Namen. Und ich die Qual. Wie Splitter brach das Gebäck in zwei. Tant. Tant. Ist das Gebälde von Menschenhand? Das war ein Spaß. Ich könnte den ganzen Tag irgendwas kaputt machen. Ja, du musst es ja auch nicht wieder aufbauen. Nervig. Das liegt doch gut, oder? Und bitte hört jetzt auf mit dem Krach. Ja, es ist vor alter Aufliegung der Baum runtergefallen. Die schönen Kugeln. Jetzt hört doch bitte endlich auf. Ehrlich jetzt. Ach was? Ist doch lustig. Ist es nicht. Ach, kommt halt weg. Euch möchte ich mal sehen, wenn man euch alles umbläst. Idiotene. Oh wirklich, das musste doch jetzt nicht sein. Oh ehrlich, ihr seid so doof. них hood. Dessausz. Vielen Dank.